Sorry, ich muss noch mal kurz abbrechen. Oh. Ich habe keinen Flatten drauf gehabt. Hm, ach, die Flanke, wer braucht und so fort. Weiß ich, ist alles Übungssache mit den Torpedos. Ja, vor allem bei der Kraft stehen muss man das ja auch beachten. Die hat 60 Kilometer, also da musst du schon wirklich nah ran. Acht. Ach, ja, sorry, acht. Okay. Acht Kilometer, da musst du trotzdem näher ran. Das ist die einzige Ausnahme unter den Kreuzern. Der einzige Kreuzer bei den Deutschen, der acht Kilometer Tops hat. Alle anderen sechs. Ja, aber außer du bist Rommstür. Nee, auch die haben nichts anderes. Also Klausowitz weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber der ganze Rest hat alles nur sechs Kilometer Tops. Auch Hindenburg und Co. Wie bleibt meins? Auch acht. Äh, sechs. Das ist das Nerf-Greit. Nein, rein, nee. Acht, sieben. Hm, die Ds sind sieben dabei. Und siebener Schlachtschiffe. Wohin gehen wir dann? Hey, Reinrich und Bismarck. Wobei, ich glaube, ich würde eigentlich zu Iowa gehen, oder? Ähm. Also du könntest überlegen, wenn du ein bisschen spielen möchtest, rückwärts auf B reinzufahren, aber da halt nicht richtig reinfahren, sondern am Rand stehen bleiben und halt nur den Popo für Rheinhelm versuchen zu kämpfen. Dann los. Ja, du. Ich nicht. Ich fahre trotzdem auf C. Aber wirklich, nicht in C umdrehen erst, sondern wirklich rückwärts reinfahren, damit du schnellst und wirklich vorne wegkommst wieder. Ja. Ich mach das schon. Vorher haue ich noch ein Dekofächer rein. Äh, John, das bringt eigentlich nicht viel. Also, ich glaube, nur wenn wirklich einer auffällig viel solche kriegt, dann kann es sein, dass da vielleicht mal einer drüber guckt, was der Faso ist. Bei was? Äh, wenn du jemanden meldest. Naja. Entweder das über einen Support-Tiegel halt machen, dann funzt du jetzt meistens auch. So. Nämlich beim Support gibt es auch die Option, Spieler zu melden. Wie nahm man da? Fühle ich ja was auf der Entfernung. Na, da hat du abgebremst. Ich häng mal meinen Hintern rein. Guck, mein Dekofächer was mitmimmt. Oh, da haben wir ja auch noch am Maß. So, ich melde, ich häng erfolgreich mit den Hintern drin. Hier ist noch ein Friedrich. Ja, doppelt Friedrich. Zitter. Wohl. Das auf dem Friedrich, das ist... Wikifriday-Torpedo-Boote sind das einzig wahr. So sieht's aus. Ich muss schon sagen, das ist schillig hier. Ich weiß zwar nicht ganz was... Achso, Kudusuf. Naja, okay. Ja, ich hab nichts gesagt. So. Jetzt bin ich spotted bei Glitter. Wir haben einen Kip. Wir haben einen Kip. Will der Friedrich sich nicht mehr heilen, oder habe ich ihm alle seine Heal-Punte mitgeschlossen? Oha. Yogumo da drüben ist natürlich hässlich, ne? Mhm. Wenn er spielen kann, werde auch ich da Probleme haben. Aber ich mach jetzt mal so einen kleinen Sidekick-Move. Äh, was ich fragen, weil du Rocher's da hat, die Radar? Ja. Äh. Oh, wieder 10, nehme ich an, ne? Mhm. Wo war die Rocher's da? Hast du die schon mal gesehen? Nope. Okay, zu nerven in Verbindung mit schnellen Spielen. Also Rochester. Ja, ja. Nee, Rochester hat kein... Achso, ne dann. Ne dann. Ich hab Rochester verstanden, aber ich hab mir schon überlegt, hey, warte mal, hier sind doch keine 10er drin. Ich hab ein U-Boot hier bei mir. Bei dir direkt schon? Ja, hier in C. Das pinnt mich hier schon an. Achso. So. Na ja, gut, da kann ich nicht wirklich ran im Moment. Äh, hallo? Äh, ja, ich hab die Yaguma gefunden. Ein Treffer drauf, eins drin. Das ist auch noch eine Kita-K. Ist das hier auch, ne? Mhm. Sehr schön. Jetzt muss ich aber schnell weg, weil die wir getaubt haben. Äh, äh, ja. Aber auf mich liefen auch schon zwei Sets. Ja gut, ist die Frage, was spielt denn? Nebel oder Reload? Weiß ich nicht. Ich hab das U-Boot hier jetzt direkt in C dran. Das war hier. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ja, aber pass auf, hier ist noch Kita. Ja, ich hab gleich wieder Torps ready, die ärgere ich schon. Ähm, Eisi, ähm, ja, so kannst du, mit der Hauptbatterie spielst du auch so ein bisschen auf Entfernung. Musst du gucken, wo für dich das Trefferbild am besten ist. Ähm. Ich bin auch und der Karte, ups. Aber Torpedos halt, da musst du halt näher ran. Da ist die Kita. Ohohoho, wen haben wir denn da? Ich hab jetzt echt keine Ahnung, wo das U-Boot hin ist. Da ist die Toulon. Und die kommen näher. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, vor allem jetzt in Friedrich hier auch noch, gell? Die Frage ist jetzt, wo das U-Boot ist. Das weiß ich nicht. Hydro läuft. Scheiße, gleich wieder alles mit da vorne schon. Ja doch, hier ist es. Jagd dich. Schön, dass unser U-Boot dran vorbeifährt. Oh, Toulon, das tut mir jetzt aber leid. Ich bin unterwegs. Aber ich glaube, du kriegst da auch schon von der Kutus auf Support. Du, Isi, mach dir keinen Stress. Das ist das Wichtigste. Lass dir keinen Stress machen. Spiel da einfach easy deine Rundenrunde. Mach dir selber an, was könnte fehlerhaft gewesen sein, wo kannst du besser spielen und dann wird das schon. Ah, U-Boot ist raus. Sehr gut. So, Iowa, jetzt kommen wir hier nach vorne. Also, wenn ich schon versuche zu snipen, dann bitte nicht bereit seid es stehen. Danke. Aber gut. Achtung, Tops kommen hier rüber gesegelt. Mhm. Oh, zwei Toptreffer. Sehr schön. Das tut mir jetzt nicht leid. Aber hast du gesehen? Die Iowa hinter mir hat Gret draufgegeiert. Hey. Ja klar, wenn es doch was zu holen gibt, dann ist er. So. Habe ich schon erwähnt, dass ich Torpedos mag? Ja, ich glaube, ein oder zwei Mal. Friedrich, was du machst, bin ich mir aber auch ehrlicherweise echt nicht sicher. Das ist die Hauptsache richtig. Das sehe ich nämlich halt genauso. Wenn mir ein Spiel keinen Spaß macht, dann spiele ich es halt auch nicht. Und ich bin auch mittlerweile von dem Trip runter, dass ich da mich irgendwie durchleiden will oder keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr zu. So, ich glaube, die Runde wird gut. Zweiter Cap. Ist auch der Runde auf jeden Fall aufs Klo. Ja, ja. Ich kann dann wahrscheinlich schon die Z-52 ausbauen. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass ich es ausbauen kann. Ich glaube, mir fehlt dann Geld. Wir haben mal B. Ja, scheiße, die Kita noch, ne? Weißt du, wie viele... Weißt du, wie viele Leben die Kita hat? Nicht mehr viel da war. Dann könnt ihr sie eventuell noch reißen. Wie schnell ist denn das? Komm, Motorboost rein. Ja, ich... Ich bin aber lieber Friedrich weiter hier. Also die Frage, hat der Friedrich auf Sekundär gebaut oder nicht? Also so wie der steht im Spiel weiß ich heute nicht. Na gut, Salomon hat gerade Tops geworfen. Ich schieße mal nicht drauf. Aber die Runde ist noch nicht durch. Die andere Seite von uns kriegt mich aufs Maul. Ja, wobei, das noch nie war nie. Mit fast Pull-Life. Und der einzige CD, den wir noch haben, ist Tita. Der mich aufmacht. Wie gesagt, ich versuche Tita hier irgendwie dran zu kriegen. Aber... Also was mich richtig gebrochen hat, war Warzone. Der erste Teil. Also das... Nachdem du dann deine Runden da gedreht hast, bist du teilweise schweißüberströmt gewesen. Also das war so schwitzig teilweise. Kein Bock mehr auf so'n Mist. Toulon, was machst du denn da? Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Toulon da gerade plant. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Tita quasi, denn da sei ich ja da, spottet bin, wie du sagst. Ich hab auch keine Tops mitzunehmen. Hat die Toulon Hydro? Ich bin geortet. Weiß ich nicht aktuell. Kann gut sein, kann aber auch nicht sein, weiß ich nicht. Doch, 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 die hat Hydro. Die hat Hydro. Ich hätte auch Nachladebooster vor allem. Ich bin nicht mehr spottet. Äh, scheiße, ich bin offen. Ja, ich bin hinter der Insel. Ich kann nicht auf so'n noch schießen. Au, 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 au. Ich weiß es nicht. Perfekt ausgewichen? Scheiße. Ich bin gehütert. Ich bin tot. Okay, Hydro ist aus. Wir legen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. So, wo ist die Kita hin? Die steht hinter mir im Nebel. Hinter dir im Nebel? Jetzt muss ich mir das mal orientieren, ja. Na gut, um drei Wälle kann ich gegen die Kita nicht mehr filmen, mal gucken. Hauptset läuft auf die Friedrich, aber ich hab keine Ahnung ob ich treffe. Geht's in Friedrich raus sharpen? Die hat noch volle Leben die Kita. Okay. Ei, 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 ei. Ich versuche hier nochmal zu cappen. Ich gebe dir Support mit Torpedos und so, aber ich habe auch Nebel für keinen ready. onion bei danke für den follow sehr schwitzig ironie sehr schön so ganz ehrlich so snacken können sie kämpfen können sie nicht aber snacken könnte da kommen sie alle vorgekrochen in den felsen so kutushof die war mir kurz nächstes dran ich würde ja mitschießen wenn die kita einmal rumdreht bin ich ja alles gut was 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 schon sagen sehr gut ich habe tatsächlich sehr lange zeit spaß anbausungen hat es hat mir wirklich spaß gemacht aber irgendwann wurden die runden so extrem spitzig da sage ich nie okay ich melde ich nach dieser runde echt so hart ich versuche sie zu helfen also ich gehe auf die noch gar nicht um dich es geht mir um diese ajo war die dahinten steht noch mehr als fast full life könnt ihr mal etwas mehr ball an hier oder sehr schön ich kann leider nicht auf die über mich schießen und da gibt es wirklich der sieg ist dreifbar nahe nage ist was macht die euro nicht problem ich meine ging die norke man ich bin verwirrt aber ich habe nur noch ein torpedowärfer fällt mir gerade auf das ist ja unheimlich wir brauchen deckung setzt eine nebelwand ja das war's ich habe der norke noch mal zwei titers mitgegeben aber wunder gibt es wirklich der sieg ist dreifbar nahe nebelwand gesetzt in der suppe findet mich keiner norke hat zwei tops gefressen ja ohne den eier ober schaffe ich es nicht äh mixgeid danke für den gg dankeschön ich muss mal aufs floren komm gleich wieder ja mach das ich sehe auch nichts weil er da hinter der insel schon wieder rum klugt ich krieg's kotzen nicht okay aber also cool ja okay Und Eier ober schmeißt. Alter. Warum fährt der Breitseite? Alter, der ruft sich da noch voll weg. Wenn die nächste Seite sitzt, ist er weg. Kein Druck. Aber es hängt nun alles von dir ab. Nee, die sind komplett unterschiedlich. PC-Version und Konsolen-Version sind komplett unterschiedlich. Noch ein Top-Treffer. Tickt aber nicht. Schade. Wetter. Eier oberen hat komplett verkackt. Hat sich breitseitig in die Norka gestellt. Ich habe jetzt die Norka nochmal angehittet. Mit dem Top. Ah, der geht daneben. Schade. War es flackig aus? Ja. Ja, einfach nicht riskieren, einfach heimfahren. Alter, war das eine Schwitzerrunde. Eier oberen hat. Ja, ich habe 190.000 Schaden gemacht. 194.000. Na scheiße, ich habe mein Tageslimit erreicht. 98.000 habe ich gemacht. Aber er hat acht Torpedo-Treffer. Eier oberen. Eier oberen. Ja, auf den einen Friedrich habe ich 77.000 gemacht. Wow. Äh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020